In einem SUV wie diesem SsangYong kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. In diesem Auto finden Sie einen Dieselmotor und ein manuelles Getriebe. Das Fahrzeuginnere bietet Platz für 5 Personen und ist mit einer Klimaautomatik, Servolenkung und Zentralverriegelung ausgestattet. Neugierig geworden? Kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.